Es ist der 16. September 2012. Wir sind hier bei herrlichen Spätsommerwetter in Bad Arath. Hier findet ein Weinfest statt. Nachdem wir ein Gläschen Wein getrunken haben, machen wir einen kleinen Bummel durch die Stadt. Hier findet ein kleiner Flohmarkt statt. Nach einem schönen Eis geht es weiter zum Arolser Schloss. Hier ein Rundumblick auf das Arolser Schloss. Hier vom Schloss aus ein schöner Blick direkt auf die Kirche. Nun sind wir im Schlosshof. Von 18 bis 7 Uhr wird hier geschlossen. Der Marsch ist ein schöner Blick. Der Marsch ist ein schöner climax. Nun geht es zum Schlosshotel. Ein kleiner Blick auf den Empfang. Und dann geht es schon weiter an schönen Garten vorbei zur schönen Klinik. Nun zurück zum Schloss. Hier noch einmal ein Blick auf die Kirche. Dann gehen wir Richtung Hofbräuhaus. Hier sind wir schon am Hofbräuhaus angekommen. Sehr schön gelegen. Ein kleiner Biergarten. Dann geht es wieder weiter Richtung Kirche. Hier sind wir wieder am Marktplatz in der Kirche. Hier findet das Weinfest statt. Nun geht es Richtung Bahnhofstraße. Der Apotheke vorbei. Die Kirche mal von der anderen Seite. Hier eine schöne Eisdiele in Bad Arolfen. Hier nochmal ein Blick auf die Bahnhofstraße. Richtung Bahnhofstraße. Hier sind wir schon am Bahnhof. Und nun sind wir schon wieder an der Kirche. Und hier sind wir am Krankenhaus von Bad Arolfen. Hier der Eingang. Dann geht es mit dem Auto weiter. Und hier sind wir schon am Bahnhofstraße. Hier geht es am Rathaus vorbei. Und hier sind wir in der Schönklinik Bad Arolfen. Die Tinnitus Klinik. Das war ein kleiner Pummel durch Bad Arolfen von Tubehorst 1. Das ist ein möglichst Vivier. Da ist nicht eine Art undmiyor. Und hier sind wir ¿erung? Die Tinnitusinek.